moin zuckerfreunde willkommen zu einer neuen folge green herr und wir wollten auf die große insel genau und ich glaube wir müssen auch gleich mal was essen und so also ich auf jeden fall wieder zufall es will fände ich auch gerade eine kokosnuss runter so was sagt denn meine uhr hauptsächlich trinken ich habe ja noch mein bidon da kannst du auch was trinken und was essen ja das stimmt hinter mir liegt eine kokosnuss sagt er ja was hier ist ein ameisenhaufen okay hier ist noch mal eine pflanze wegen verbände ich nehme die mal mit deutlich hier sind bananen und bananen brauchst bananen und eine tür aber hier ist kein kein dings zum aufmachen kein ritual dings so ein neuer ort oder auch nicht ich sie doch da auf der insel ja neuer ort da ja und jetzt müssen wir rein theoretische nur rüber auf 28 31 wo sind wir wir müssen jetzt hier drüber wir sind 25 ok ich folge dir bist ja der kartenleser ok bist du dir jetzt sicher sicher bin ich mir sowieso nicht ich habe mal so angst dass gleich irgendwie so einen sonnen film geschossen kommt 26 sind wir jetzt müssen wir hier ist ein seil da ist auch wieder pistole mein gott und kriegen wir das scheiß hingegen her weiß ich nicht aber jetzt sollten wir zu dem anderen ding da gehen meiner punkt der ist westlich von uns östlich wir müssen ja irgendwie auch noch da rein ich muss ja irgendwie ist du jetzt schon wieder hier wo bist du denn schon wieder von da sind wir doch gekommen ich denke mal wir müssen da wohl durch den durch das tor also muss ja hier irgendwo noch irgendwie so ein ding sein aber jetzt laufen wir in der ganz falsche richtung lassen wir mal gucken was hier hinten ist wir müssen doch westlich und wenn denn nordwestlich wir können da hinten weiter längs das ging mutter ist doch war das ein zelt hier ist ein zelt die kollektoren zählt guck mal okay bronze leere dose ich habe auch schon wieder neue einer stock neue dialoge freigeschaltet karte nehmen erweitert alter hier einmal speichern das ist richtig gut ja komm mal da auf dem auf da ist noch eine andere insel das ist lambda 1 wir sind jetzt bei omega und dann gibt es noch h und dann gibt es noch ein anderes zeichen das ist oh ne wie lang denn noch ne krass ey hätte ich nicht gedacht dass das spiel dann doch so umfangreich ist aufnahmegerät abspielen machen wir mal dr smith report number 23 again it's about higgins its behavior is starting to spiral out of control and his obsession with his wife's health is disrupting the team's work once again i want to make it clear that i don't have the professional knowledge to diagnose him but i suspect a mental breakdown okay scheint so als wenn wir durchgeknallt sind wenn das sowieso aber wir können uns ja auch noch zurücklegen zum schlafen ja machen wir gleich so leute einmal kurz pause machen dann könnt ihr euch den brief hier durchlesen hier ist noch eine militärration hier auf dem bett hier ja ein bisschen gesteckt hier okay we spawn punkt aktualisiert das ist auch gar nicht schlecht jetzt noch ein aufnahmegerät is alvarez report number three my radio my radio is now open running i checked the perimeter of vega and found nothing alarming so far we've both been guarding the camp in turns switching every six hours but starting tomorrow he will be in charge of omega and i will move to delta we agreed to communicate on the radio on a regular basis every five hours jetzt sind wir da können wir hier drüben und dieses haben nur eins okay die mögen uns nicht okay das war mal auch klar oder 92 oder 42 last transport jetzt müssen wir uns entscheiden was wir machen wollen ich muss erstmal was trinken ja ja ich auch irgendwie okay weil entweder versuchen wir jetzt von hier aus ähm zu h zu kommen oder wir gehen gleich rüber zu a1 das ich würde sagen wir gucken uns a1 mal an a1 ist ja nur das ding zum aufmachen da ja aber können wir uns doch mal angucken oder ja gut dann gucken wir uns das an dann müssen wir hier quer rüber ja moment moment kurz ein bisschen was essen was denn ich frage mich immer die ganze zeit was du dazwischendurch noch passt naja ich musste mir eben jetzt ganzen kram rein ziehen was der da gequatscht hat ich habe nichts mehr zu saufen so dann nehme ich mal jetzt bidon bidon so jetzt kommen wir wo ist er denn jetzt schon wieder weiter rüber gekommen ich sehe dich hier bin ich siehst du mich auch ja kindsteamie da ist es hier vorne ich sehe das einmal dabei hast du auch noch alles dabei wie alles dabei ja die wurzeln und gar nicht das ist ja super gut dass ich ja was dabei habe das glaube ich beide kleines feuer ich wollte das gerne verwenden aber du schießt schon wieder davor ich mag dich nicht richtig auch nicht du bist immer so gemein zu mir hast du trockenes gras dabei oder so ja habe ich was das ist vorher schon so weit oder wie ja ja gut dann moge ich das mal an so was ist denn beide haben irgendwas hatte ich dabei benutzen hier ist ja alles hier ist nochmal dieses rote zeug los geht an jetzt nein stecken hast du glück dass ich noch alles dabei habe ja ja schon wieder sein lecker 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 gut da ist er lauf nicht weg boy uah gantt habe ich mich verjagt alter riesen schlange du findest das witzig ich mag das ja großes parley ich meine den lütten großes papageien sterben hier das mag ich nicht aber schlangen mag ich so so mal gucken wieder im krankenhaus das wie Ich weiß, dass es keine Zukunft für uns ist. Ich kann es einfach nicht nehmen. Das Schmerz? Ich möchte es enden. Und einfach... wird es getan. Es fühlt sich als jemand hält mein Herz in ein Iron Fist. Und ich kann es nicht breathieren. Ich bin einfach... Ich lese mal die Patientenkarte. Medizinische Vorgeschichte, Entlassungsübersicht, Patientin Mia Higgins. Diagnose, keine krebsartigen Veränderungen gefunden. Zugrunde liegende Erkrankungen und Komplikationen keine. Behandlung, eingeleitete medizinische Behandlung, Eingriffe, CT-Scan des Brustkorbs, hat keine Tumore in der Lunge gezeigt. Lunge, Luftröhre und Hauptbronchen sind unauffällig. Ergebnisse des Bluttests sind ebenfalls unauffällig. Eingeleitete chirurgische Behandlungen, Eingriffe, empfehlen hinsichtlich künftiger Behandlungen. Empfehlungen. Patientin wurde entlassen. Nachuntersuchung in zwei Monaten empfohlen. Gehen wir mal wieder hinaus. Ein Artikel zum Lesen. Du könntest nicht nur euch jeden lesen. Ja. Nur zumindest die auf Augenhöhe sind. Ja. Ihr macht wieder Pause, ganz klar. Ja. Ja. Ich kann dich nicht schuldigen. Für die Entscheidungen du hast. Du hast mich entschieden. Nicht zu wissen, was die Kosten. Würdest du es wieder tun? Oder war die Preis für mich zu hoch? Okay. Ist irgendwas zu sehen außer sich selbst? Nö. Dann sprechen wir mal wieder. Was? Welcher Preis? Was haben wir... Was habe ich gemacht? Sag mir, bitte. Wir kommen. Migzen Moyes 9 Schlag. Und ein kleiner March. Für die Leistung. Sie glauben, dass es die einzige Lösung war. Was geht denn jetzt ab hier, ey? Regenwaldrodung? Was ist denn so ein Graben drin? Ich wach gerade wieder auf, ja. Okay. Alter, was geht hier ab? Das ist ein Massengrab, Alter. Ja, komm mal ein bisschen weiter, dann liest du dir mal das Poster durch. Hast du das Poster gelesen, am Wagen? Nee. Was stand da? Das ist ja eigentlich, Herr Higgins, also wir Leben retten sollten. Stattdessen haben wir 150 Millionen Menschen umgebracht. Oh, der Kollege, dem geht es auch nicht mehr gut, aber wir haben die Wurfhackenpistole. Oh, und da ist noch eine Aufnahme, vielleicht hat er noch mal was hinterlasten. Ja. Ich halte die Stellung. Mhm. Oh, warte, ich muss da wieder rein. So, jemand muss nicht hier vor mir gewesen sein. Wie kam die Wurde? Es gibt nichts hier. Nichts nur das kleinste Kranke. Es ist alles wegen des Higgins. Ich habe dir gesagt, wir brauchen ihn hier nicht. Higgins, du Scheiße! Pick auf den fucking Kall! Du und der Kult von dir sind nur ein paar fucking Brotten. Ich wusste, dass du nicht mehr konntest. Ich hoffe, dass du sterben, Schumann. Es ist wegen dir! Alles! Nein, nein, nein! Ich werde dich selbst aufhören, wenn ich hier rauskomme. Ja, gut, das hat er wohl nicht mehr geschafft. So, ich quatsch mal noch mit der Tante. Oder mit irgendjemandem. Mia! Komm in! Please! In der Zeit ja auch schon wieder ein bisschen rüber gehen. Hm? Das ist gerade die Frage. Mia! Komm in, please! Wo wäre es intelligent rüber zu gehen? Hier, ne? Goddammit! Don't leave me! Please, komm in! Mia! Mia! Are you there? I will keep looking for you anyway. Help is on the way! Come in! Bitte, Mia! So, wo war denn das jetzt? Ist da vorne. Wie lange ist eine Aufnahme jetzt? Ja, Moment. Mia, komm in, bitte! Ich weiß nicht, wie oft das noch probieren will, aber... Wie ist es auf der Weg? Komm in! Mia, ich muss dir etwas erzählen. Bitte, komm in! Mia? Are you there? I keep looking for you anyway. Ja, das hatten wir jetzt alle schon. Please, Mia, I need you! Hauf! I need you! Zehn Prozent! Dialog wählen! Nix! Ach, komm! Weiter! Wie können wir seine Aufnahmen jetzt? Ach so! Äh, fast zu Ende! Ja, dann lass uns zum Camp gehen. Dann speichern wir ab und spielen nächstes Mal weiter. Alles klar! Ja! Dann gehen wir nächstes Mal da hoch. Wieso? Oben müssen wir jetzt ja sonst ein Dings bauen. Das weiß ich nicht, war da noch nie oben. Ich auch nicht, aber... Warte mal, das könnte man ja mal... Mach egal. So, nehmen wir mal mit. Jut! Dann gehen wir ins Camp. Du speicherst ab. Ich glaube, abspeichern ging drinnen auch, ne? Ja, deswegen... Hätte sich das hier nämlich angeboten? Mhm. 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 So, wo ist denn das Speichergerät-Teil? Hier. Der Kalender. Ah ja, der Kalender. Ja, ich hab ihn besucht an der Wand. Jut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, wir haben endlich die scheiß Pistole. Das heißt, in der nächsten Folge, ähm, ziehen wir das mal durch. Mal gucken, wann wir hier zu einem Ende kommen. Bis dennne! Tschüss! Tschüss!